Und wo es ist... Ah! Wildtraumblindheit! Gleich gibt's jede Menge Action mit Ladybug und Cat Noir in Miraculous. Und danach... Willkommen im Haus der Eulen. Wir sind die Familie Duck und wir sind auf alles vorbereitet. Auf zu den ganz neuen DuckTales-Abenteuern. Es gibt ganz viel zu entdecken. Das schwarze Phantom! Das ist aufregend und furchterregend. Ganz viel zum Erschrecken. Ah! Ah! Ja! Und ganz viele Rätsel zu lösen. Ah! Das klingt ja uneilvoll. Und was sagt ihr? Mach dich bereit! Cool! DuckTales, die ganz neuen Abenteuer. Heute, 17 Uhr im Disney Channel. Jetzt kommt die Werbung. Mach dich bereit zu verlieren. Warte nur. Zack. Der nach da und schon hast du verloren. Lass mich mal. Da bin ich ja mal gespannt. Ben! Schaffst du mehr? Und... Trey! Ich war schon immer der Bowling Champ zu Hause. 51 World Wide Games. Exklusiv für Nintendo Switch. Das Barbie Sprudelbad Spielset. Zeit für Entspannung für Barbie und ihren Welpen. Dafür nimmt Barbie ein Bad. In der Sprudelbadewanne. Wie schön es glitzert. Und blubbert. Barbie Wellness Spielset. Du kannst alles sein. Der neuste Spaß für die Badewanne. Hier kommt Glippi Slime. Nur Glippi Slime verwandelt Wasser in herrlich grünen Schleim. Hautverträglichkeit bestätigt. Glippi Slime. Der lustige Schleim-Spaß. Nur von Simba. Es kann losgehen. Dein Leben auf deiner eigenen Insel. Die du gestalten kannst, so wie du es möchtest. Erlebe die Jahreszeiten und gehe deinen Lieblingsbeschäftigungen nach. Ob schwimmen, angeln, einkaufen oder deine Pflanzen gießen. Du allein bestimmst, was du tun möchtest. In Animal Crossing New Horizons. Auch erhältlich im Nintendo eShop. Jetzt neu. Das Glippi Einhorn Glitzerbad. Mit bunkelndem Einhornglitzer. Baby Born, Baby Born. Schnuller drehen. Augen auf. Die neue Baby Born Magic Girl. Sie kann trinken, weinen und macht in die Windel. So süß. Und sie isst ihren Bral und macht ins Töpfchen. Die neuen Baby Born Magic Puppen. Jetzt mit plastikfreier Verpackung von Zapfkreation. Eine spannende Fotosafari in der neuen, atemberaubenden Lentilregion erwartet dich. Egal wo du hinschaust, überall gibt es tolle Motive zu entdecken. Du kannst deine Fotos nach Belieben bearbeiten. Ihnen deinen eigenen Stil verleihen. Und sie mit deinen Freunden teilen. New Pokemon Snap. Auch erhältlich im Nintendo eShop. Jetzt entdecken die ganze Welt der Disney Classics bei EMP. Entdecke jetzt die Lego-Fahrzeugwelt. Fahre, was dir gefällt. Benjamin, erinnerst du dich noch, als du mal Feuerwehrmann warst? Aber natürlich auch du. Oder Schornstein-Wegger. Ja, und noch viele andere. Benjamin Grünchen als Rettungselefant. Das neue Hörspiel gibt's jetzt überall. Von Kidding's. Wow, Puppycorns. Die süßesten, knollerlichsten Welpen aller Zeiten. Ihre Herzen zeigen, was sie lieben. Mit sieben magischen Überraschungen. Wie kleine Bubukorns-Welpen. Knete die Farbe wechselt. Und duftenden Aufklebern. Rainbowcorns. Puppycorns. Surprise. Nur von Zuru. Was heißt es, eine Disney-Prinzessin zu sein? Ist es der Mut, immer Neues zu entdecken? Und furchtlos in neue Abenteuer abzutauchen? Jeden Tag zu etwas ganz Besonderem zu machen? Und mit freundlichen Taten Großes zu bewegen? Herz zu zeigen, wenn es am meisten gebraucht wird? Eine Disney-Prinzessin zu sein, bedeutet auf seine eigene Weise, besonders zu sein. Und in eine buntere Welt zu blicken. Diese und weitere tolle Disney-Prinzessin-Produkte. Jetzt bei Müller. Jetzt kannst du eine Welt voller Mario-Spaß entdecken. Dabei hast du die Möglichkeit zu viertlokal oder zum ersten Mal auch online ins Abenteuer zu starten. Es erwarten dich spannende Level, jede Menge Power-Ups. Und mit Bowser's Fury ein komplett neuer Spielmodus. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Auch erhältlich im Nintendo eShop. Bist du bereit für eine Wasserschlacht mit Feuerwehrmann Sam? Mit dem großen Tankrucksack kannst du ganz lange Wasser spritzen. Und jetzt neu. Ein echter Feuerlöscher für noch mehr Wasserspaß. Feuerwehrmann Sam. Nur von Simba. Seit 10 Jahren bin ich ihr Pink Boss. Und ich liebe es. Kolorationsschäden halten mich nicht auf. Das neue Gliss Color Perfekter. Repariert koloriertes Haar und lässt deine Farbe strahlen. Meine Farbe ist mein Markenzeichen. Mach, was du liebst. Gliss. Repariert. Was heißt es, eine Disney-Prinzessin zu sein? Ist es der Mut, immer Neues zu entdecken? Und furchtlos in neue Abenteuer abzutauchen? Jeden Tag zu etwas ganz Besonderem zu machen? Und mit freundlichen Taten Großes zu bewegen? Herz zu zeigen, wenn es am meisten gebraucht wird? Eine Disney-Prinzessin zu sein, bedeutet auf seine eigene Weise, besonders zu sein. Und in eine buntere Welt zu blicken. Diese und weitere tolle Disney-Prinzessin-Produkte. Jetzt bei Müller. Akne, Rosazia, Neurodermitis. Du hast alles versucht, doch deine Haut spielt verrückt? Bei vielen entzündlichen Hautkrankheiten spielt das Bakterium Staphylococcus aureus eine entscheidende Rolle. Es verschlimmert Rötungen, Juckreiz und Pickel. Mit Glätzkin können zum ersten Mal nur diese schlechten Bakterien abgetötet werden, während die guten erhalten bleiben. Mehr Informationen auf glätzkin.de Das war die Werbung. Wo gibt es bald so viel Neues von Miraculous wie nirgendwo sonst? Nur im Disney Channel. Zuerst ein extra langes Special in Shanghai. Machen wir uns auf alles gefasst. Und dann geht die Geschichte in Paris weiter. Es gab ein paar Upgrades, als ich zur Hüterin der Miraculous wurde. Verpass nicht das Neueste von Ladybug. Das musst du dir ansehen. Miraculous. Die brandneuen Abenteuer. Ab 23. Mai. Nur hier im Disney Channel. Wenn Landleute in die große Stadt ziehen, wird das... Total cool. Schweinzigartig. Und... Unglaublich. Familie Green bringt tierisches Chaos in den Disney Channel. Guter Hund. Ich hab ne Fliege verschluckt. Big City Greens. Heute 18.20 Uhr im Disney Channel. und dann ju信 durch sich selber zurück ... Klar. Untertitelung des ZDF, 2020